Hallo, herzlich willkommen zu deinem VfB Homefit. Heute mit einem Ganzkörper-Body-Workout. Und du brauchst heute nichts, außer vielleicht einer etwas weicheren Unterlage. Dich selbst und gute Laune hilft immer. Wir fangen im Stehen an, machen uns etwas warm. Und dann arbeiten wir uns langsam nach unten auf die Matte. Ich wünsche dir viel Spaß. Die Musik startet. Okay, dann atmen wir mal tief ein. Und aus. Tief einatmen. Sehr schön. Dass deine Schultern kann. Über vorne nach hinten. Jawohl, dann fängst du hier rechts-links. Kreise werden größer. Und du kontrollierst schon mal deine Körperspannung. Den Bauchnabel nach hinten zieh. Den Bettenboden. Beide Schultern. Jawohl, und wir öffnen jetzt noch mal ganz bewusst zurück. Und. Und. So. Jawohl, super. Komm erst mal zur Frage, die Diabonale. Und. Wieder zusammen und lass dich mal wirbelkühle wirbel sinken nach unten. Hier ein bisschen ausschütteln. Kommt locker. Und wieder hoch. Einmal noch. Wirbel für Wirbel tief. Schöpfen. 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 Alles locker. Und wieder hoch. Super. Okay, wir sind bereit. Starten mit Marsch. Auf rechts. Und durch geht's. Arme kommen mit. Und du marschierst kraftvoll. Bring deinen Körper in Schwung. Jawohl. Und wir gehen vorher. In den hier links. Sehr schön. Zur Seite. Nach hinten. Nach vorn. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Der letzte zur Seite. Acht. Sieben. Sechs. Sechs. Vier. Sechs. Zwei. Einer noch nach hinten. Hier auch nochmal die Acht. Sieben. Vier. Drei. Zwei. Achtung. Vier nach vorn. Zwei mehr. Zur Seite vier. Vier. Nach hinten. Vier. Vier. Nach vorn. Zwei. Zur Seite. Zurück. Vier. Zwei. Zwei. Zurück. Zwei. Zurück. Zwei. Ein. Zwei. 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 Letzte Runde, in der wir gerade sind. Und du kommst zurück in den Marsch. Die Arme wieder fachvoll mit. Und du kommst zum Zeitpunkt. Das ist gleich. In der Mitte tief. Arme vor, zurück. Und du kommst nur noch einen ab. Als würdest du präsentieren, das bin ich. Mir geht es gut. Einmal über den Kopf. Sehr schön. Zurück in den Marsch. Ich würde sagen, wir haben eine gewisse Betriebstemperatur erreicht. Wir kommen jetzt langsam in den Jogger-Modus. Auf geht's. Ganz locker. Die Arme weitest du zur Seite aus. Und in so ganz kleinen Bewegungen, über vorne nach hinten, machst du kleine Karten. Einmal andersrum. Ab und wieder runter. Und dann stellt ihr den imaginären Springseil vor. Wir springen. Und lassen das Springseil um und kreisen. Die Arme sehr der Grund. Auf geht's. Zeit Mike. Und dasrin. Okay, mach dich bereit. Wir punchen. Stell dir deinen Punching Ball vor, der jetzt vor dir ist. Wir beginnen mit rechts. Und du gehst so. 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 Wenn du nicht springen möchtest, kannst du natürlich auch alles am Boden machen. Und hier nicht so. Sondern. Pam. Kraftvoll. Drei. Perfekte. Andersrum. Hopp. Hopp. Nicht nachlassen. Power punchen. Wechsel. Ab. Sieben. Sechs. Zwei. Wechsel. Ab. Vier. Drei. Zwei. Wechsel. Ab. Drei. Zwei. Wechsel. Ab. Vier. Drei. Drei. Wechsel. Achtung. Vier. Drei. Drei. Sechs, sechs, vier. Sechs, sechs, vier. Vier. Sechs, zwei. Jawohl. Achtung, zwei. Sechs, zwei. Sechs, sechs, vier. Sechs, sechs, vier. Eine Seite, andere Seite. Sechs, sechs, vier. Sechs, sechs, vier. Sechs, sechs, vier. Ba, ba, ba. Richtig kraftvoll. Sehr schön. Locker. Locker. Aber schütteln. Durchatmen. Dann stellst du dich breit auf. Fängt nochmal an deine Körperspannung. Wir gehen jetzt tief, gesäßt, geht zurück. Deine Knie gehen nicht vor, die bleiben wo sie sind. Bauchknappe nach oben, Brustfreundstreit nach oben. Wir starten hier. Wir starten hier. Auf geht's. Tief. 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 Hoch. Hoch. Nochmal. Zwei, zwei. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Drei, eins, jetzt. Tief. 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 Und noch. Und noch. Tief. Tief. Und noch. Eins, drei. Wir kommen jetzt ganz tief. Tief. Drei, eins, jetzt. Tief. Finges. Tief. Tief. Und noch. Tief. Soыми sinds. Noch. Tief. Drei, zwei, drei, 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 drei. Tief. Tief. Super. Bleib mal unten. Mach die Kleinen hier. Die Mini. Guck mal, die gehen jetzt nach rechts und links. Mit dem Gesäß. Halte hier unten nochmal. Und dann langsam hoch. Einmal hauschen. Sehr schön. Dann stellst du dich etwas breiter auf. Oberschenkel, Füße in einer Linie. Auch hier geht das Gesäß nach hinten tief. Wir starten. Hier vier. Schreck den Bauchnabel. Schreck den Beckenboden. Hier tief. Auf geht. T. 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 Ho. 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 Nochmal. T. 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 Ho. 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 Und wieder drei. Eins. T. 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 Ho. Ho. T. 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 Ho. Ein letzter noch. Single. Auf geht's. Chi. Lecker und chill. Die kleinen hier. Herrlich. Aber die schönsten. Schränk mal deine Finger vor dir. Dann leg die Hand in Flächen aneinander. Und dann schieb mal so von einer Seite zur anderen rüber. Super. Und nur noch mal die kleinen. Und dann langsam hoch. Langsam hoch. Und ausschütteln. Super. Trink mal einen Schluck. Wenn du möchtest, dann geht's weiter. Sehr gut. Sehr gut. Wir wollen ein bisschen was für unseren Rücken machen. Aus dem Stand. Achtest du darauf, dass deine Beine schubbreit sind. Knie locker. Und du trotzst mit dem Huberkörper, neige dich vor. Schön hier nach innen ziehen, um den Rücken zu schützen. Arme kommen in den Huberkörper, um den Huberkörper, um den Huberkörper, um den Huberkörper, um den Huberkörper zu schützen. So, und pass dir die Ellenbogen nach oben, als ob da eine Schnur dran ist, die dich hochzieht. Sehr gut. Und einmal locker. Ausschütteln. Und dann kommst du zurück. Vorgeschütteln. Wieder in die Vorlage. Bauchnabel nach innen. Arme diesmal lang nach vorn. Bühne die Schultern zurück. Und den Balkenbogen zurück. Und vor. Mach dich lang in deiner Wirbelsäule. Der Schalter zieht nach vorne. Das Gesäß zurück. Und dann bleib einmal hinten. Und die Hände ziehen ganz aktiv hinter dich. Die Schultern ganz weit weg von den Ohren. Ein aktives Ziehen zurück. Zieh, 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 zieh. Und dann kommt bei hinten an, kleine Paddelbewegung zu machen. Und immer höher. Und halten. Lang und dann wieder fort. Und schieb. Sehr. Locker, Schultern ein bisschen ausschütteln. Sehr gut. Okay, wir kommen das erste Mal etwas tiefer auf die Matte. Für eine unserer aller Lieblingsübungen. Den Bergsteiger. Deine Handgelenke sind unter der Schulter. Dein Rücken ist lang. Bauchnabel wie immer nach innen. Po ist tief. Und dann kommt man locker vor. Locker. Locker. Und jetzt zwei schnelle, ein langsam. Mach dich bereit. Single, single, halten. Single, single, halten. Und dann kommt man locker vor. Und dann kommt man locker vor. Nu hast du hier. Musik Hoch, 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 hoch. Sehr schön, einmal absetzen, durchatmen, Handgelenke ausschütteln, Schultern ein bisschen locker machen, atme durch. Und komm zurück in die Klanke, Beine ein bisschen breiter aufstellen und du machst Schulter, Schulter, klopf dir selbst auf die Schulter, sei stolz auf dich. Und wenn dir das zu schwer ist, setz die Beine an die Knie ab, aber auch das Gewicht vorne gelassen und mach weiter die Bewegung. Okay, dann gehst du zur Seite auf, komm zurück. Öffnen, zurück, öffnen, lenken. Ihre Seite noch einmal. Super, einmal locker durchatmen. Jetzt noch einmal in den Sitze auf deiner Matte. Schieb dein Sitzefleisch zurück, dich ganz aktiv nach vorn, Brustbein hoch, Schultern zurück. Strick deine Arme lang nach vorne aus und du kommst jetzt einfach erstmal ein kleines Stück zurück und wieder hoch, länger. Zurück. Zurück. Wieder hoch. Einer noch. Und anschließend dann öffnen wir zur Seite mit einem Arm, schauen der Randfinger her, Länge hoch. Sieh stöhnt. shape. ства Bitte. Jahre. Kқ Mist hur jurisdiction ella situação. Das war sie, hauheit. Gelen so aus Ig ap 있으면 ernen wird und da auchmac mich. Ist mein Nein. Das war ihre jardin. Sieh w behave. Sieh worgen. Die Trang�� leger. Aus之前 Muchas rocken. Was war in? 공ang mit W 축igkeit. Sieh Vitruin. Die Trang war sauer sie. shelterin und woh? Achtung, bleib mal hinten. Ich mache hier so eine kleine Auf-Abbewegung. Wink den Leuten da hinten zu. Machen wir davor, andere Seite. Und fang wieder hoch. Mach dich ganz lang und locker. Wir bleiben noch hier. Du hebst deine Beine einmal ab. Brustbein hoch. Arme lang. Und öffnest. Und wieder ran. Läng. Rang. Wenn dir das zu viel ist, lass die Beine unten. Bewege dich nur oben. Den letzten halten wir mal ein bisschen. Oh, schön genießen. Freu dich des Lebens. Und locker. Mach dich lang. Atme durch. Jawohl, wir wechseln. Etwas die Bewegung. Wir bleiben bei Bauch. Eigentlich ist es der gesamte Poor, den wir hier trainieren. Richte dich noch mal ganz weit auf. Und lass dich wirbel, wirbel, langsam winken. Winken. Atme hier einmal tief ein. Komm wieder hoch. Oben mach dich ganz lang. Zieh. Komm hoch. Lenk. Wenn du merkst, deine Füße lösen, jetzt so beispielsweise, dann nimm lieber ein Knie zur Hilfe. Um den Rücken zu schonen. Ausatmend, wirbel, 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 absenken. Hier einmal tief einatmen. Und ausatmend, wirbel, wirbel, wieder nach oben. Wir verändern die Bewegung ganz leicht. Und über rechts gehen wir tief. Atme hier hinten ein. Und über links kommt man wieder hoch. Und einmal andersrum. Einatmen und über rechts wieder hoch. Nochmal, über rechts. Und ein letztes Mal. Mach dich lang. Mach dich durch für einen Moment. Und dann komm tief auf deiner Matte. Stell die Füße für dein Gerät auf. Roll dich. Wirbel, wirbel in deine Schulterbrücke auf. Spann deine Gesäß-Ruskulatur an. Und in kleinen Bewegung kommst du hoch. Richtig schön mit Schmackes hier. Ho, ho, anspannen. Der nächste Sommer kommt, Leute. Ihr wisst, wir müssen was tun. Ab, ab. Und noch ein Stück höher. Versuch noch höher zu kommen. Zieh deinen Brustbein mit hoch. Sehr schön. Dann bleib mal hier oben. Und dann wechseln wir die Ferse hoch. Ab, ab, ab. Beide Ferse hoch. Hoch, hoch, hoch. Und die Hüfte wieder nur. Hoch, hoch, hoch. Und dann halten hier oben noch mal schickern. Weit, weit, aktiv nach oben. Und langsam Wirbel, Wirbel absenken. Vor die Tnie ran. Atmen durch. Dann stelle deine Füße wieder vor deinem Gesäß auf. Mach dich bereit für Runde 2. Roll dich wieder auf. Und diesmal schieben wir immer nur eine Hüfte im Wechselhüft. Also rechts, links, rechts, links. Trotzdem die Gesäßmuskulatur anspannen. So gut es geht. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch. Rechts, links, rechts, links. Und jetzt fett mal vorne mit deinen Zehen. Füße bleibt oben. Ganz, ganz weit oben. Aktiv nochmal nachschieben. Und du fettst vor. Sehr schön. Und nochmal rechts, links, links. Hüfte, rechts, links. Rechts, links. Sehr schön. Super. Nochmal ganz, ganz weit hoch. Hoch, 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 hoch. Und dann langsam wirbel, wirbel tief kommen. Hol die Knie rein. Mach dich klein. Schaukel ein wenig. Sehr schön. Dann stell deine Fersen auf. Stell deine Arme lang auf. Handsflächen nach oben. Handsflächen nach oben, Handsflächen. Und wir beginnen mit kleinen Zieren. Ich gehe den Bauchnabel nochmal nach innen. Mach dich bereit. Okay. Hoch, zieh, zieh, zieh. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch, hoch. 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 Die Bahnen kommen hoch in die sogenannte Tischposition. Wir ziehen wieder zur Mitte. Zieh, zieh, zieh. Rechts, links, rechts, links. Rechts, links, rechts, links. Und die Bahnen kommen hoch zur Decke. Und sie ist hoch. Du musst die Bahnen jetzt nicht super strecken. Aber die Hände ziehen zu den Füßen. Ab, ab. Hoch, hoch, hoch. Und auch hier rechts, links und rechts. Rechts, links, rechts, links. Ein bisschen diagonal unterziehen mit der Hand. Sehr schön. Super. Häng einmal ab. Und wenn du möchtest, streck dich einmal ganz, ganz lang. Und dann kommen wir zur Hilfe eines Knies nach oben. Wir wechseln einmal. Wir kommen in die Bauchlage. Und zunächst mal legst du deine Stirn auf deinen Unterarm ab. Check nochmal so die Schultern locker. Ist der Kiefer locker? Und am Bauchnabel abwärts baust du deine Spannung auf. Bis dem Bauchnabel nach oben. Den Beckenboden. Deine Beine spätst du lang raus. Und fang an zu paddeln. Und fang an zu paddeln. Sehr schön. Halt nochmal. Ziel lang rauf. Und dann einmal überkreuzen. Mal in die eine, mal in die andere Richtung. Super. Und einmal locker ablegen. Gefäß etwas hin und her bewegen. Etwas lockern, alles. Sehr gut. Und dann streichst du deine Arbe lang nach vorne auf. Pullst die Schultern wieder etwas zurück. Baue die Körperspannung in der Körpermitte wieder auf. Für den Bauch, Nadel in den Beckenboden. Und die Beine gehen wieder lang aus. Die Arme kommen diesmal dazu. Und du gerade ist. Gegengleich mit beidem. Der Scheitel wächst lang nach vorne. Und die Zehen, die wollen ganz weit zurück. Halt dich hier mal. Komm noch ein Stück höher mit Armen und Beinen. Und paddel nochmal. Halten und locker ablegen. Durchatmen. Gesäß etwas hin und her bewegen. Super. Dreck nochmal deine Arme nach vorne auf. Und die Schultern wieder zurück. Nebenauf. Wir gehen jetzt diagonal hoch und tief. Rechts der Arm, linkes Bein und anderen hoch. Starten im Zweierrhythmus. Bauchspannung, Beckenboden. Mach dich bereit. Der Nackel ist weich. Legs zur Maske. Auf geht's. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Andere Geige. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Tief. 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 Wechsel. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Eier ein. Hoch. 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 Und tief. Ab. 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 Und tief. Hoch. 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 Eins. Dreier. Sie kommen ganz hoch. Tief. 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 Hoch. Tief. Tief. Immer im Wechsel. Huop. Hoch. die Beltern. Hoch. 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 Tief. 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 WE spielen. Beide Arme, beide Beine. Hoch. 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 Ab. �eten. Beispiel nochmal hier oben. Und noch ein Stück höher. Und einmal locker. Schieb dich in die Kindheit und zurück. Und dann rollen wir auf. Wir wollen uns nochmal ein klein wenig um den Unterbauch kümmern. Dann komm nochmal in die Rückenlage. Schreck deine Bade zur Decke aus. Und mit der Kraft des Bauches schiebst du die Tüße hoch. Zack. Hoch. 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 Sehr schön. Okay, wir nehmen was dazu. Wir kommen hoch. Wir gehen tief. Hoch. Komm tief. So. Tief. Hoch. Jetzt kommt noch was dazu, ihr Lieben. Wir kommen hoch. Tief. Tächern. Viermal. Hoch. Komm tief. Eins, zwei, drei, vier. Hoch. Komm tief. Eins, zwei, drei, vier. Hoch. Und dann gehst du wieder mit einem Fuß über den anderen hoch. Komm hoch. Und dann gehst du wieder mit einem Fuß über den anderen setzen. Und dann gehst du wieder mit einem Fuß über den anderen setzen. Jawohl. Hoch. Und tief. Und dann gehst du wieder mit einem Fuß über den anderen setzen. заключ. Abord. Durchatmen. Abord. Abord. Das kannst du machen, ich hoffe doch, und deine Beine nochmal zur Decke holen, und wir machen preisende Bewegung, komm über die Seite, hier einen Moment genießen, und dann zur anderen Seite wieder hoch, und wechseln, tief, hoch genießen, wieder hoch, und du kannst die Bewegung aber auch hier oben machen, was deine Höhe ist, dein Bauch schafft, das machst du, auf geht's, halten hier unten, andere Seite wieder hoch, diese Seite noch einmal, sehr schön, Leg ab, Atem hoch, und die letzte Anstrengung für heute, du breitest deine Arme, wieder seitlich, auf Schulterhöhe aus, deine Füße kommen in eine sogenannte Tischposition, und du lässt langsam beide Knie nach rechts, legst ihn wieder nach oben, nach links, und immer nur so weit, dass die gegengleiche Schulter nicht löst, die Schultern liegen satt auf der Matte, du brauchst die Körperspanne und den gesamten Korb, Bauch und Rücken, um dich hier gut zu halten, und muss gar nicht ganz tief gehen, das, was wir wollen, findet weiter oben statt, der Kopf geht gegengleichen, und 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 Füße vor dem Gesäß und dann, wie eben auch, dass du diesmal die Füße wirklich am Boden lässt, lässt du deine Beine nach rechts sinken, dein Kopf geht nach links und zurück zur Mitte. Mach das rechts und links und wechseln. Und du atmest ganz tief in die geöffnete Flanke ein, kommst zurück zur Mitte und dann zur anderen Seite. Jawohl, komm einmal zurück, mach dich hier nochmal ganz bewusst ganz, ganz klar, eine Knie richtig an den Körper, wie noch ein kleines Päckchen schaufelst du von einer Seite zur anderen. Und dann fass in deine Knietchen, roll mal deine Wirbelsäule auf und ab. Jawohl, und versuch mal auf deinen Füßen vorzuholen. Dann hebst du dein Gesäß an, Knie lockern, lass dich hier nochmal so ein bisschen hin und her schwimmen. Und dann langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Roll dich auf, Schultern nochmal über vorne, kreiseln das über vorne, weit zurück. Sehr schön. Sehr schön. Hast du super gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe bis zum nächsten Mal. Ciao, mach's gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.